Oh, das tut so weh. Schlampe, genau du. Guck mal, das tut schon vom Lachen weh. Nn, n, nn... Oh, es tut so weh. Schlampe, genau du. Oh, es ist gestanden. Oh, das tut schon weh. Oh, das ist so schlecht. Komm, Brudi, lass fertig machen jetzt hier. Ja, nimm das, das passt gut. Nimm dich da. Das finde ich voll gut, das Bild, Brudi. Ist richtig cool. Nimm mich da weg, links. Boah, das sieht aus, als hätten wir voll das Konzept dahinter gehabt. Aber das ist voll das Konzept. Boah, die Schrift war gerade geil. Wie? Ne, zurück. Kannst du das noch ausschneiden, wo mein Finger ist? Ne, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Ja, einfach in der Schrift das wegschneiden, wo mein Finger ist. Dass der Finger sozusagen drüber ist. Ne, für mich. Genau, jetzt einfach sozusagen, ja, ne, wegschneiden. Einfach, ja, genau da einfach jetzt beim S unten wegschneiden. Nein. Nein, nur bei meinem Ringfinger. Ja, nein. Nein. Mach die Schrift weg. Erst noch. Ja, nein, nein. Nur oben die Schrift. Brudi, da ist die Schrift doch gar nicht mehr. Nein. Oh, boah. Ach du willst jetzt, dass dieser Ringfinger hier auf das S oben... Ja, Brudi. Hoch. Läuft eins. Ah, ah. Komm her, Baby. Komm her, Baby. Tsch, 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 tsch. Brudi, du hast erstens den Fingerscheiße ausgeschnitten und zweitens... Nein, guck, du hast mir den da weggeschnitten links. Ja. Nein, du kannst doch einfach die Schrift da drüber machen. Nein, nicht so ganz, nicht das M, ich glaub eher das Rechte vom M. Boah, Brudi, sag mal, hast du so wenig Vorstellungskraft? Ja, Brudi, ist aber nicht so leicht, wie du dir das vorstellst. Das krieg ich ja sogar mit Gimpels. Oh Gott. Boah, das kann nix werden, ne? Oh, Brudi, du bist so dumm, ne? Oh, du bist so dumm. Ich hab's nur erst mal kopiert, jetzt kann man's aufschneiden. Brudi, da gibt es nix auszuschneiden. Ist vorbei. Pass auf, das war 3D. Das sieht doch super geil aus, wie du das U da hältst. Ey, so. Ja, und jetzt erklär mir das mal bitte. Mitten im U ist es durch meine Hand. Kunst. Brudi, was hast du denn für ne Vorstellung? Dicker, guck mal. Wie du zaubern kannst. Oh, du bist so dumm, Brudi. Ich kann nicht mehr... Aha. Ich seh nix. Du legst. Komm schon. Oh, wie du mir... Brudi, du hättest auch Chirurg werden können, ne? Bearbeiten, bisschen Pickel wegmachen aus meiner fetten Fresse. Oh. Jetzt will das dich noch cool machen, oder was? Was zur Hölle machst du denn da? Brudi? Oh, Brudi, ich hab nen Pimmel im Gesicht. Hahahaha. . Puh, Alter. Hahahaha. Hahahaha. Echt was? Meine Augen, Alter. Da kommt ein Dings drüber, da sieht man das nicht mehr. Also, psch. Boah, ist das schön. Steven. So mit den Zähnen, Alter. Geil. Steven. Ich hab keine Ahnung, wie machen wir jetzt weiter? Ich muss doch aufgeben, ich kann nicht mehr. Ich muss noch Videos schneiden. Ah, was? Ich habe ein Pze visited. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte die enclieste. Ich bin übergewöhnlich. Ich habe eine Frage. Vielen Dank.